Heute werde ich die geheimen Formeln für den besten Kakao der Welt knacken, um es am Ende Jessie Blueberry zu schenken. Ihr seht, sie lebt Kakao über alles und jeden, also ist hier mein Plan. Zuerst habe ich alle Zutaten geholt, die man für den besten Kakao der Welt braucht und Tomaten, weil wir brauchen Tomaten. Dann bin ich schnell nach Hause gegangen und das nächste, an das ich mich erinnere, ist ein Tisch voll mit leckeren Zutaten und Tomaten, weil wir brauchen Tomaten. Dann habe ich die Milch aufgefüllt und die Schokolade in die Mikrowelle gepackt und den besten Kakao der Welt zu machen, wahrscheinlich seit Schokolade erfunden wurde. Nachdem ich die Schokolade in die Milch gepackt habe, habe ich die geheime Zutaten zugelassen, Samen draufgepackt und dann war es auch schon soweit. Der Moment der Wahrheit. Ihr, das ist ehrlich, der beste Kakao, den ich je getrunken habe? Mach dir mal eine Jessie in den Kommentaren und versuch mal Kakao blind zu schreiben. Let's go, versuch Kakao mal blind zu schreiben.